ok da ist ein amareno kommen wir fangen das jetzt ganz schnell fangen aber ich weiß nicht wo und wann ich das hier dran hängen werde aber ich werde es irgendwo dran hängen und ja wenn ich das könnte ich weiß jetzt nicht wann das hier wenn das hier irgendwie so genannt wird und zu welchem part aber irgendwo wetter tief angehängt und ja dann haben wir schon mal wieder ein bisschen losgefangen oder vielleicht wieder ein ganzer part wenn ich hier genutzt pokémon findet man schauen den ganzen übrigens jäger ist wer da erst level 100 der ist da bist du sachen wie die einzelne sachen da habe ich jetzt nicht zu lange auch okay und wenn ich jetzt bitte nicht noch mal ok ich weiß nicht ob ich angreifen kann oder der freizt und abgibt die klinge hat eine hohe treffer chance eine hohe kippsche treffer chance ist auch ein bisschen gefährlich also ja wo ich mit trugschlag angreifen anscheinend ich habe liebsten jetzt kapitel einsetzen würde machen wir weiter trugschlag das hat hagelsturm nicht schild noch kein bodyslam hat was ist ein bodyschecker am anfang der selbst darf wahrscheinlich kommt noch gerecht hat jetzt das ding empfangen weil das ding kann man irgendwie noch nachts entwickeln und weil sie nicht gern jetzt hinter mir bringen von daher fangen wir jetzt und bis nachts warten und dann hochzuleveln ist ein bisschen nervig immer noch einen trugschlag jetzt mal falls das direkt oder so richtig klinger ableicht die feine ableicht die kann ich gar nicht einsetzen weil es ist auch hier verschaffen dann perfekt stimmt aktiv nicht gar nicht einsetzen dürfen wir sagen vierfach was dagegen perfekt und ich gehe mal auf einer p runter das sind vier tagen und eisstrahl ich wollte schon sagen das ist schon noch mal so jeder ist platz sehr gut ob man sich einfach zu stark aber du musst das aushalten oder korea auch gut gewesen wenn offensiv feste arbeitszeit punkte ball pflege und sehe ich da kommen bleibt drin bleibt doch man bringt der nix war ich nicht angreifen da ist er drin ne ja dann in dieser pokémon leh das kann super hoch gut danke aber gar ist das nicht am agent oder irgendwie war das immer ich gesagt habe haben wir gerne so dass ein fuß ziel zurück kann man wenn sein ruf wahrscheinlich sollen pro leichter nachdem erscheinen schon mal hier sind gibt noch irgendwas anderes neues sogar tatsächlich noch mal unseren alles was ich habe ein paar bäume geschüttelt sind anscheinend neue wären aber ein stromisierer ja ich angefangen ein paar sachen zu suchen okay soll ich übrigens ja schon mal die polarkaut und also was gemacht ich werde wahrscheinlich nicht aufnehmen wie ich das dinge noch meinen der eisform oder so fange so konos war bisher sah jetzt nichts aus als wer sich irgendwas geändert also ja in dem sinne wahrscheinlich johai und bekommen wir haben es dann die rf und wir fangen jetzt ein paar pokémon ja warum nicht das ding ist eigentlich nur zwei sonderbar sonst gehen dann zweimal so ich weiß dass taniel den ganz kann poli check sollte jetzt aber ein apathie übernehmen auch mann kommen blöder dreck tut das macht aber wieder gar nichts am schaden das mit psychoklinge nicht sehr effektiv kommen weiter hat den body check kann deswegen tun wir müssten nicht noch mal angreifen das ist ja nichts anderes eingesetzt wir gehen die pokémon aus das nebenbei fang jetzt nicht auch damit an da bleibt oh mein gott willst du mich auf den armen nehmen kannst du nur teckel jetzt gar nicht weg von euch waren das wertige eingesetzt ich jetzt nicht mal ein bücken noch ein ding zu überlebt ich glaube ich hätte wahrscheinlich versaut oh mein gott okay so nicht krippen schlag einmal und zweimal so ein appell wer du kommst jetzt mit poli check um die ecke jetzt aber kommen das gibt es jetzt nicht kann ich nur teckel lernen kann ich mir vorschein der witz der 60 er ist ein superwurf oder irgend so hat einkommen los bei brennen bei brennen danke zwei poko wenn er noch üblich ich noch noch poko bin der magnetkraft die ist in seinen hinterteil erzeugt sie das gegner ruckartig zu sichern um sich mit seinen scharfen krallen aufzuspießen dann habe ich nett kommen entwickelt schon mal mit an und meter groß dann muss ich mir poko bälle kaufen wenn wir die verdammt noch mal ausgehen doch schon so ein paar ging an den langsam die sonderbarmungshaus muss man ein paar geiger max dinger machen aber egal es war eine epokédex einträge sie fährt mittag ich mag es muss verschmolzen zwei teile miteinander da ist nun zwei gerne besitz haben sie sich sein zu kraft verdoppelt ja ich glaube nicht nur dings teckel zu dem zeitpunkt ist auch voll nahm noch in sonderbarmungen und noch eine entwicklung mittagentwicklung entwickelt sich zu beta groß wieder was ist schon krassig oder hinter groß die auf verschneite berge eben sind besonders aktiv der temperaturen unterhängen vier punkt ihrem magnetismus verstärken gehört haben wir natürlich so entschuldigt mich jetzt bitte ich muss jetzt erst mal poké bälle kaufen ok kitt worden das haben wir ja schon gesehen dass er diesmal fangen noch weil die mächtigen pokémon tun dass wir ein von einem herr das heißt dann will ich welche aber ein bisschen mehr unterhauen können ich habe ja 100 pro gebälle gekauft habe der bereich nicht nur kann sich irgendwie politisch bringen oh ja riese kontakt oder nimmt kein rückstoß schaden gut das gewählte ist kein rückstoß schaden das sollte es doch auch nicht ein bisschen einfach machen pokéball bitte dauert diesmal nicht so lange jetzt ernsthaft da doch voll die krassen pokémon die man fangen kann also muss da laufen weil werfen pokémon gefangen so einfach kannst du gehen kam sah und fangte das pokémon der von eines tags fliegen zu können stürzt sich täglich von klippen und seinen körper zu stehen ich habe mich jetzt dass die hoffnungs irgendwann fliegen zu können ich habe da jetzt die ozid gefährdet okay also ja mit dem team nehmen da nicht mein kompletter team hallo jäger der darf sich verdient da drängt so da drin zu sein aber du doch noch nicht so dann wieder ein paar sonder bobons verballern nicht so als bräuchte ich die irgendwie selber mal irgendwie meine pokémon meine komplett pokémon hochzahlen hallo ein kind moment mittelt sich eine drachen muschel komische entwicklung es wird sein körper in ein hart schall die knochengewebe begleicht und sammelt so energie für seine entwicklung aber dann noch eins reingeschoben in den rachen ich glaube ich würde sich ungefähr 50 deswegen wieder der schon reichen hallo da scheint wird sich wir wollen schon das statt sich zu einem guter lander entwickelt dieser ungewöhnlichen pokémon sind zu seiner entwicklung flügel wachsen nur weil es den sehnlichen wunsch hatte fliegen zu können ist ja mal mir gerade aufgefallen ist diese ganzen wilden pokémon die wir suchen die war finden die treffen wir gar nicht so im kampf an als irgendwie gar keine trainer in diesen dlc es gibt immer mal kämpfen kann schon irgendwie komisch ich meine das ist ja wie ding ist halt wie die natur zu unhalt kannst du halt umschauen und so und hier um zu laufen mit pokémon und gleichzeitig kämpfen geht glaube ich nicht obwohl warum eigentlich nicht mehr warum gibt es keine trainer in diesen zonen weil wir sehen wir sehen irgendwie nie ein trainer damit ein brutaler lander irgendwie um die ecke kommt oder so wir haben irgendwie nicht so viel von diesen neuen pokémon bei niemand außer uns die benutzen kann ich sorge für vierte was meine so immer noch ein gewalt okay hier laufen schon wieder zwei neue monstrum die wir noch nicht gefangen haben also machen wir ganz schnell eine klappt hat los erscheint du schaffst als jäger denn den tete dabei fängt man noch mal die wort weil ich das und aussetzen was mache ich jetzt noch mal ja ich habe die ganze zeit hier dieses ding und schlecht und ja ich habe die ganzen letzten tage ist damit verbracht hier kornospat zu fangen mit dem richtigen wesen weil ich auch eng geschafft habe und weiß nicht ich habe die andere version von dem teile gefangen und ja weil ich da es jetzt doch ein bisschen nicht so viel geändert deswegen habe ich jetzt einfach auskriegen gemacht und ja also ich habe es aufgenommen ehrlich gesagt aber dann habe ich gemerkt ja als genau gleiche nur teilen anderes für hat also ja wir haben wir entschieden dann einfach zu löschen und ja jetzt sind wir hier und fangen wieder pokémon und wahrscheinlich mache ich hier so einen kleinen fangfahrt zwischen unserem kampf mit kornospa und was auch immer jetzt noch alles kommt und ja guck mal bei jetzt werde ich ein schild auf anfangen hier eigentlich pokémon zu fangen müsste eigentlich irgendwie editions abhängige pokémon geben sehr komische kuchen und dabei okay ich habe 100 pokébälle also kommt zur not belebe ich noch mal jäger wieder wenn ich das muss muss ich aber nicht sehr oder leicht wir können jeder einmal kurz hoch heilen und dann einfach oben ich sehe doch mal welche pokémon ich hier hoch trainieren die meeresbewohner der uhrzeit kann dieser meeresbewohner der uhrzeit kann sich außerhalb der sehen und griechen fortbewegen auch für seine freud kommt trotzdem an land da essen halt ne so ich muss mal ganz kurz gucken wir sind ja schon alle gv verballert worden ja irgendwie weil ich welche krassen pokémon ja schon ausgewählt habe und die ihre gp alle verballert worden ich level mal noch kurz auf mit einmal ich entwickle ist für keine teuren sonderbombung so für verballern weil ich habe nur noch so ein paar davon ob da oder vier sogar noch naja abfloss entwickelt sich oh ja dafür ist auch gut jedenfalls besser als dieser aeroflop direkt so wie auch immer jetzt keine pass das verschlingt mit samt schale und knochen durch seinen panzer besonders dick und widerstandsfähig ist ich meine jetzt muss hier im pokémon ist glaube ich besser als der andere ich meine das ding hat irgendwie bessere werte und ja das ding für einen jäger halten ein kostbarer top dran sondern haben wir noch gesehen da war glaube ich ja es nie sehen ob es fangen wir auch wenn wir angst so kann es aber welcher sehen der sind genug von dem haben wir auch die alter ist natürlich groß aber ehrlich online natürlich trifft so das war eine welle los dann jetzt muss ich mir auch langsam hier mal ein bisschen umschauen wir irgendwie jetzt die einzigen pokémon die ich jetzt noch gefunden habe die ich noch nicht habe er muss ich doch noch mehr geben oder das server wie gesagt der frage mit schmoppel ich bin mir ziemlich sehr dumm von check oder irgendwie so kann es also beruf geil jetzt perfekt cool natürlich müssen wir jetzt auch zweimal noch mit bonbons verfüttern ja da kann man von sehen ob das kugel rund und von einer dicken speck schicht und geben es kann schneller rollen als laufen ja ich habe die schon mal auf mich zu rollen gesehen okay gut hier vier sonder bombons noch mal nochmal mit 1 l und 1 m ich war dann sagen wir anfangen jetzt zu fahren zu teile das ist mit deiner max sachen machen ja lieber diese abenteuer machen aber das ist erlaubt diese dinger nicht fixen nur sie ja da kriegst du nur diese eindringer hier der ausgeben kann es in dem teil sie herum nimmt auf eisscheuen mit hat es beim schwimmen beute spürt sie auf und schnappt sie sich der schnappt sie sich angebrei das jetzt nicht teilt aber glaube ich auch unglaublich stark so kompetentiv mäßig soweit mich so labrassersatz hat auch wasser und eis ist nur eine lösung entwickelt sich ein wahlreise locker vier neue pokémon oder 555 das bild mit bis zu 20 bis 30 artgenossen eine herde wird diese angevertragte anführung sie unter einsatz seines lebens als irgendwie voll krass das wort zu stellen hat irgendwie 20 von diesen dingern da an einem ort sind so was ich auch noch machen muss ich muss im schild hier das schatten ross ja ich habe jetzt hier ich soll bei den punkten der zeit zeige wild blut pokémon aus einem hof verschrieben eine eisige kälte diese ist ungestimmt pokémon nimmt sich alles was es will mit rohr gewalt so das haben wir schon gelesen wo wir haben wir die version schimmelreiter es zeigt jedem die sich im weg stellen keine knallen nach wie kam es allerdings die bunte seiner gegner geheilt haben und ja ich habe übrigens herausgefunden wie man das teil voneinander trennt wenn die beiden von einer trend und zwar einmal wo man das hat hier raus da war regierock karten gesehen oder es ist ja kein geschlecht hat ne ja ob es das dinge gepackt ja so mit dem meister bei natürlich gefangen um mir ein bisschen zeit zu sparen so von mit dem harten wesen weil das ding ist irgendwie voll verteidigungs mäßig aufgebaut und hohen angefangen ist auch also ja so alles was wir machen müssen und das ding zu trennen ist einfach den ja wir gehen ja auf die züge des bundes und wo schon trends datei wir sind verwirrend weil die sache ist die irgendwie man hat ja zwei pokémon auf einmal gefangen und beide haben irgendwie ein anderes wesen gehabt also kronos war gibt sozusagen den ton an also alles was das hat so an ich glaube auch v verteidigung bin ich mir nicht sicher ehrlich gesagt ich habe ich nehme an wenn man ist pokémon ev trainiert dann übernimmt die apola aus dann auch in der fusionierten form keine ahnung ich bin mir nicht sicher ja da konnte ich halt nicht beeinflussen weil ja aber wichtig ist ja kronos war also ja ich weiß noch nicht ob das irgendwie ein einfluss auf die werte an hat oder so weiß wenn man daten hier auf geschwindigkeit oder spezial an aufpackt und dann mit dem ding funktioniert dann auch irgendwie so die an ich habe keine ahnung im grunde sind ja auch bei den meister ball wo ich noch eingeworfen habe und auch nicht schlecht ist also ja nachdem kann ich jetzt wieder den machen und ich nehme an wenn ich das andere ross hat das phantom ross gleich kornos war mit dem phantom ross verbinden und jetzt mal wenn er sich in der ding verhalten entwickelt dann lernt sie ob wille sagt man zu erwartieren super starker eis angriff ist nicht schlecht so hier gucken wir uns noch ein bisschen um ich glaube das gebiet habe ich noch nicht so erkundet hier also in der nähe ich glaube da war ich noch nicht so wenn wir aber nicht sicher wenn ich schauen wir mal da vorbei geangelt habe ich auch noch nicht also sollte vielleicht auch mal irgendwann machen wenn es denn hier schon mal hier gewesen da schon wieder die höhle dann hat sich tagsmäßig und wie was anderes eingenistet hat wieder ob da war man da nicht so ist man galanus zweigen zu einem hübschen kranz vielleicht kann aber wenn du mir 15 galanus richtig da auch sagen galanus kranz ja dann kann man die andere entwicklung von pflegmann bekommen schön cool dann kriegen wir irgendwie galala schocken version und ich bin nicht über die können wir ja auch mal irgendwann sehen obwohl ich glaube ich nicht als extra eintrag war ich schon in der schocken gehabt da muss ich auch wieder tauschen weg nehmen muss ich nicht von den links einsetzen oder also zwei verschiedene sachen gut weil ich letztens hier bekommen habe in der ich habe ich den namen von der insel focus insel ist hier so blub auch nicht da kommt ja nichts neues oder so kommen warum kann ich denn da nicht hier so ein riesig großer flächiger ort den ich nicht besuchen kann da hätten sie noch abschweren können direkt das ist das ding doch mal auf okay ich habe es eine andere farbe scheine und sohne was er nix neu ist im wasser da muss ich wahrscheinlich welche gegend wenn sich was neues finden mit definitiven frankfurt ja gut da oben schon ich weiß nicht es gibt noch so einige orte wo ich noch nicht war hier wo dieser riesige baum ist dabei ich glaube ich noch nicht hier oder hügel ist deiner baums habe ich da noch wartet noch keine anderen dann noch mal ja find's auch die entwicklung alle entwicklungen da lag was doch bald aber sonst ist ja eigentlich nichts neues höhere pumpe diese dinger sind voll und spektakulär weil wir die durchdings bekommst du dich da jetzt soja wir sind doof und jetzt hierzu kommt noch so eine melodie konzeptiert über das was geiles bekommen wohl eigentlich nicht ja irgendwie ist ja nichts neues also ja sicher ich bin ich irgendwie was neues gelaufen also los wollen wir da kommen kommt da kommt da kommt da kommt es gerade gesehen wo sitzt irgendwo hier noch falsch das kommt was glaubt ihr es ist es scheint die sonne ist es sehr warm was man pokémon könnt ihr auf uns warten was wir noch nicht haben das ist ein feuer pokémon da ist wo noch kümmer cool das ist auch nicht schlecht ne also nicht ja dann habe ich noch mal gesehen war kann man uns gleich drum natürlich muss dann wieder züchten und hier die freundlichen bekomme schon wieder ein bisschen nervt ist dann muss wieder irgendwie so ein cooler oder so oder dann auch hier ausrüsten das wird jetzt schon mal bei mir sicher ob du irgendwelche rückschluss sachen kann sonntag besonders scheint schon kannst du dich doch wärmer machen kollege blüpp 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 klasse wo er kamt in der in der anime damals da war doch richtig krass blüpp gegen magma magma weil liegt eine botbefeuer manchmal größte ist es diese zu seinem bedauern so stark dass sie versehentlich verkauft ja schön erinnert ihr euch noch das blog mit einem riesigen geowulf macht man im vulkan geschmissen hat von pyro richtig geil sondern habe ich hier noch mal gefunden mal rum oder teile noch mag brand wenn wir nicht sicher aber ich glaube dass sich entwickelt sich entweder durch antikraft oder sogar die kraft und level ab oder durch tauschen und gegenstand bin ich sicher ich wollte es mir jedenfalls schon mal hier so mit einfacher zu machen weil es jetzt mal komplett nutzen will aber ich glaube ich glaube ich habe körper weil sie jetzt mal komplett nutzen will dann weiß ich wo ich selber kommen und dann in dieser tauschen muss werden wird feuersturm hat verfehlt ok ich habe feuersturm ja genauso wie weil ich blizzard im hagelsturm also hatte dann hundertprozentig tritt der hydropumpe im regenschwurm wo sie dann auch hundertprozentig im regenschwurm was nicht santa feuersturm wo es kriegt waren wir nicht voll die checkers oder sondern ganz gleich drück noch mal an schlag wenn ich sagen naja flammen bock okay kann ich ja noch mal angreifen und auf ein kaffee reduzieren da muss ich nur noch die züchten dabei auch nicht so lange dauert gut ja zwei theoretisch drei neue pokémon nun lieber 82 nicht alle starken pokémon die ich nicht benutzen werden der story holt es tiefluft werden die flammen seinen bauchstärke und reichen der temperatur von 2000 grad ist eigentlich ein bisschen übertrieben kollege aber auch denn so heiße flammen da wurde mal wieder zwei pokémon gefangen finden wir noch was also nicht glaubt nicht körper doch ich bin jetzt sogar wie diese aus dem wasser ausspringen sowohl die sind ja auch dafür bekannt wie sollen ja irgendwie über berge springen können glaube ich laut pokélex einträgen wenn wir nicht sicher so gut haben wir zwei neue pokémon ich halte meine augen weiter offen und wenn ich etwas neues finde dann sage ich euch bescheid also bis gleich bis jetzt bis jetzt bis jetzt Untertitelung des ZDF für funk, 2017